Dieser Volkswagen Passat ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 116.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2012. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Panoramadach, Navigationssystem und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 170 PS an einen Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017